Ingrid, heute weiß es jeder. Was wusstest du damals nicht? Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir den SM meinen, dann muss ich sagen, absolut überhaupt gar nichts. Ich wusste nicht, ich kannte das Wort nicht und ich kannte die Bedeutung natürlich schon gar nicht. Und was sich dahinter verbirgt, das reicht nicht. Wir sprechen ja über SM, wir sprechen über Sadomasochismus und ich unterhalte mich mit einer, ich möchte sagen, Grand Dame des SM. Und über das, wie es in der Zeit mit dir entstanden ist. Das ist heute unser Gesprächsthema. Macht SM das Leben leichter? Ja, leichter und vor allen Dingen reicher. Musik 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 Musik